Wenn wir dabei treten würden, könnten wir dank unserer Geschichte und unserem Know-how, wie zum Beispiel im Bereich des Föderalismus, im Bereich der direkten Demokratie und im Bereich des Zusammenlebens von verschiedenen Kulturen, die Entwicklung in Europa positiv beeinflussen. Als Mitglied könnte die Schweiz viel mehr mitbestimmen, in welche Richtung sich Europa wird entwickeln. Anstatt wie heute nur mitziehen, statt mitreden. Die EU bedeutet für mich in erster Linie eine Wertegemeinschaft. Uns verbinden in Europa gemeinsame Werte, wie die Achtung der Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, Solidarität. Und in der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, dass wir diese Werte gemeinsam verteidigen. Ich engagiere mich bei der NEPS, weil sie die einzige Bewegung ist, die eine offene und konstruktive Debatte über Europa in der Schweiz fördert. Und für diese Debatte ist es wichtig, dass uns alle Möglichkeiten offen stehen und dass wir uns nicht nur auf einen bilateralen Weg konzentrieren, sondern dass wir es auch wogen, der EU-Beitritt in Betracht zu ziehen. Und darum engagiere ich mich bei der NEPS. Und darum engagiere ich mich bei der NEPS.